Das kann man ja auch übertragen auf alles andere. Also man muss irgendwie auch als Politiker grundsätzlich eigentlich mit jedem reden können, um am Ende zum Besten zu kommen. So ist das auch bei der Medizin, finde ich. Also die Homöopathie müsste mit der Schulmedizin viel mehr irgendwie in Kontakt sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es wird auch immer mehr auf die... Genau, das Gegenteil ist der Fall. Also dieses Ausgrenzen der Kontaktschuld, da habe ich auch noch eine Fußnote. Dann gibt es immer nochmal bei Jordan Peterson, da habe ich viel gelernt. Also weil er gesagt hat, Hass, es gibt noch etwas, was schlimmer ist als Hass. Beim Hass sehe ich dem Gegenüber und akzeptiere ihn als Gegner. Ich will ihn bekämpfen. Viel schlimmer ist der Ekel. Wenn man sich für etwas ekelt, dann will man es nur weg haben, weg. Vernichten, wie auch immer, also möglichst nichts damit zu tun haben. Das ist so ähnlich wie, man will sich nicht damit beschäftigen, weg damit. Also wenn es demagogen gelingt, dieses Ekelgefühl, dieses Ausgrenzgefühl zu aktivieren, dann sind wir auf einem ganz schlimmen Weg. Ich bio schlägt. Aber das war- Vielen Dank.